Sie ist für eine elegante Herrenabendgarderobe ebenso unverzichtbar wie für ein seriöses Bürooutfit, die Krawatte. Das richtige Binden des Accessoires kann jedoch zum Hindernis werden. Deshalb erklärt uns Mars-Konfektionär Achim Wiegand von Max-Louis in Kassel dreigängige Knoten für jeden Anlass. Hier sehen Sie den ersten Teil unserer Serie. Was Sie sehen ist der einfache Krawattenknoten oder auch vorhanden. Sie nehmen die etwas breitere Seite und führen Sie über die schmale Seite, fixieren das mit der linken Hand, gehen einmal nach unten durch, greifen um und führen die breite Seite einmal komplett nach hinten durch. Sie gibt sich eine kleine Schlaufe, die Krawattenspitze wird durch die Schlaufe nach unten geführt, langsam festgezogen. Die Krawatte sollte nachher bis etwa zur Gürtelschaufel gehen in diese Position, nicht länger, nicht zu kurz. Ganz wichtig, um auch das kleine Finish, damit der Krawattenknoten auch nicht zu langweilig aussieht. Generell ist dieser Krawattenknoten für sämtliche Hemdkragenvariation geeignet und durch so eine Zeit der Einfachheit auch von jedem mitmachen. Das ist das Krawattenknoten für die Krawattenknoten.